Jürgen? Ja. Okay. Da hätten wir eine Geldklammer. 47 Dollar, 32 Cent, ein Führerschein ausgestellt in Florida, Baseballcap, ein Anstecker, ein Päckchen Kaugummi und äh, was auch immer das ist. Das ist nicht meiner. Das ist nicht deiner. Der Pin. Ich hab noch nie... Was, wenn es einen Ort gäbe? Einen geheimen Ort, an dem nichts unmöglich ist. Das darf nicht wahr sein. Einen Ort der Wunder, an dem du die Welt verändern kannst. Willst du ihn sehen? A world beyond. Der Pin. Die Welt. Bis zum nächsten Mal. Dr. Kupfer 3